Er ist, glaube ich, ein sehr, sehr cleverer Spieler, der das auch selber auch sieht. Ich freue mich auf ihn. Er ist auf jeden Fall ein sehr offener Typ, macht ein paar Späße. Ich glaube, dass er für uns auch sehr, sehr wichtig werden wird. Aggressiv, immer beim Mann, er will, glaube ich, auch immer vorwärts verteidigen. Lass uns mal über die Neuzugänge sprechen. Amir Benzibaini, er lebt in Gladbach als so ein kompromissloser Spieler. Was hat er für einen Eindruck auf dich bisher machen können? Sehr, sehr gut. Er hat wirklich in den ersten Trainingseinheiten einen guten Eindruck hinterlassen. Sehr, sehr ruhig am Ball, fordert auch auf den Ball, hat einfach einen guten Touch, eine gute Technik. Jetzt müssen wir einfach sehen, wenn das Spielfeld einfach ein bisschen größer wird, in welchen Situationen wir ihn mehr einsetzen können, wo er uns dann auch einfach mehr bringen kann im Offensivspiel. Ich glaube, defensiv macht er seine Aufgaben auch sehr, sehr gut. Das muss man einfach sehen. Also das wird jetzt einfach in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen auch für ihn sehr, sehr wichtig sein, wenn er sich schnell akklimatisiert, dass er sich an uns einfach gewöhnt, dass er natürlich auch versucht, weil er vielleicht in Gladbach anders verteidigt hat oder anders angegriffen hat, dass er einfach andere Bereiche noch abdeckt. Aber ich glaube, das wird ihm der Trainer schon selber auch sagen. Und er ist, glaube ich, ein sehr, sehr cleverer Spieler, der das auch selber auch sieht. Und ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich glaube, dass er uns der Mannschaft sehr viel geben kann. Kommen wir zu Felix Metscher. 30 Millionen Euro. Haben auch einige gesagt, das ist auch schon mal Geld für einen 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison quasi erst seinen richtigen Durchbruch erlebt hat, aber eine topfußballerische Ausbildung genossen hat bei ManCity. Ja. Ein Länderspiel schon mal absolviert, zusammen mit Lukas, mit seinem Bruder ja nach Wolfsburg gegangen. Ist auch eine verrückte Geschichte. 1,90 geschlags, aber laufstark, habe ich ihn empfunden, zweikampfstark, kreativ, aber auch schnell. Trotz seiner Größe, trotz seiner langen Haxen. So als Nachfolger von Juth ja auch tituliert. Ja. Wie kommt er bei dir an oder wie hast du ihn auch beobachtet? Vielleicht schon beim VfL Wolfsburg? Ist er dir da auch schon aufgefallen? Ja, ich kenne ja ein bisschen von der Nationalmannschaft auch. Er hat auch schon zusammengespielt und bringt auf jeden Fall alles mit, um ein wirklich sehr, sehr guter Spieler zu werden. Er hat trotz, wie du schon gesagt hast, für seine Größe auch eine sehr, sehr gute Technik. Er ist sehr gewillt in seinen Aktionen auch, die zu Ende zu führen. Ich glaube, er hat letztes Jahr in Wolfsburg, glaube ich, wirklich einen großen Schritt gemacht. Ich glaube, davor, die Jahre und so, war es immer so ein bisschen mal gespielt, mal nicht gespielt. Und letztes Jahr hat er dann unter Niko Kovac, glaube ich, einen riesen Schritt gemacht, auch in der Persönlichkeit. Und Niko Kovac sagt übrigens, das kann echt ein Weltklasse-Spieler werden. Ja, er bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel mit. Und ich glaube, dieses reine Spielen einfach Woche für Woche für Woche als junger Spieler bringt dir einfach so viel mit, vor allem dann in der Bundesliga auf einem guten Niveau. Und das sieht man dann schon. Wie gesagt, er bringt auf jeden Fall alles mit. Klar ist es bei Dortmund dann immer noch natürlich was anderes, auch vom Niveau her. Und du spielst dann alle drei Tage. Darum muss man sich auch erst mal gewöhnen. Das ist auch nicht alles von heute auf morgen. Aber ich freue mich auf ihn. Er ist auf jeden Fall ein sehr offener Typ, macht ein paar Späße. Ich glaube, dass er für uns auch sehr, sehr wichtig werden wird. Und ich finde ihn total auch bodenständig. Also das ist eine sehr ruhige, aber sehr bodenständige Art. Also der weiß auch schon, dass er, wir haben über Privilege gesprochen, auch ein Privileg hat, Fußballprofi geworden zu sein. Also das vermittelt er jedenfalls. Ja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Also trotzdem sehr, sehr offen. Aber auch in gewissen Momenten dann einfach, wo er weiß, okay, ich muss jetzt zuhören. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, so habe ich ihn auch in der Nationalmannschaft einfach kennengelernt. Und die Spiele, die ich von Wolfsburg gesehen habe, waren auch sehr, sehr gut. Von daher war das auf jeden Fall ein guter Transfer, denke ich. Und Marcel Sabitzer? Ganz. War es bei den Bayern? Wir kennen uns von RB Leipzig. War bei Manchester United ja noch ein halbes Jahr. Da haben, glaube ich, viele gedacht, was wechselt der zu Manchester United? Und da hat er echt viele Spiele gemacht. War zwischendurch noch mal verletzt. Aber Eric Ten Hag, der Coach von Man United, hat ihn oft auch gebracht und auf Tore geschossen, wichtige Tore geschossen. Wie hast du ihn beobachtet? Weil so lange kennst du ihn wahrscheinlich jetzt noch nicht. Genau, ein Tag, ja. Ein Tag ist er da. Was bringt er euch vielleicht auch für die Mannschaft? Weil das ist ja schon einer, auch so ein Box-to-Box-Player, der kann Tore erzielen. Aber ist auch ein, wie soll ich sagen, gegen den spielt man vielleicht auch nicht ganz so gerne. Ja, ich habe ja auch schon ein paar Mal gegen ihn gespielt, egal ob es mit Leipzig war oder mit Bayern. Aggressiv, immer beim Mann, will, glaube ich, auch immer vorwärts verteidigen. Gibt dir einfach, glaube ich, auch neue Elemente im Spiel, wie du es schon gesagt hast, Box-to-Box. Macht einfach viele, viele Wege und ist, glaube ich, aber auch torgefährlich. Also er hat viele, viele Tore geschossen. Auch aus der Distanz, was vielleicht auch euch ganz gut wieder zu Gesicht stehen könnte. Dann auch mal außerhalb der Box auch mal einen guten Schützen dann zu haben. Ja, wieder ein neues Element einfach reinzubekommen. Ja, man wird es jetzt einfach sehen. Also muss man natürlich ihm auch ein bisschen Zeit geben, einfach anzukommen, einfach das Gefühl zu kriegen für das Team, weil es einfach natürlich was anderes ist, wo er vorher war, die letzten Stationen. Und ja, ich glaube, für ihn auch einfach ganz wichtig. Deshalb hat er ja wahrscheinlich auch sehr, sehr lange unterschrieben einfach, um einfach für ihn auch, sag ich mal, ein Statement zu setzen, dass er jetzt wieder einen neuen Anlauf starten möchte und dass er einfach eine gewisse Struktur wieder hat in seinem Spiel. Ja, ich hoffe, er wird uns sehr, sehr viel bringen und ich freue mich drauf. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!